hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist ein vulkan dran von leslie wir haben hier den cone auf quacklin ein sehr schwerer vulkan muss man sagen aber er hat nur eine neem von 100 gramm kostenpunkt war bei mir 9,99 euro also 10 euro sagen wir jetzt mal gekauft habe ich mit zündidee verlinkt genauso wie röder falls ihr mal lust habt reinzuschauen und dann würde ich mal sagen zünden wir draußen mal einen dieser wunderschönen vulkane cone auf quacklin ja war nicht schlecht aber leider sehr kurz muss man sagen ja